Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Bloodman 2. Wir sind jetzt hier in der Stadt der Hülden angekommen im letzten Part und ja, wir tätigen jetzt mal diesen Hebel für den Fahrstuhl. Wow, stylisch. Oh oh. Das war knapp und es geht nach unten. Ich glaube, das würde nach oben gehen und ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Na, geht's auch hier raus? Tatsache. Und ein Speicherpunkt, das ist schön. Federmäuse, yay. Die Musik ist gerade so extrem leise irgendwie. Ist hier irgendwie was verstellt oder so? Nö, ist alles gut. Naja, egal. Passt schon. Spiel, bitte nicht lecken. Dankeschön. Ein Kistchen. An dich erinnere ich mich noch. Oder erinnerte ich mich auch eben schon besser gesagt. Hm. Hier scheint hier nichts mehr zu sein, also gehen wir mal weiter. So einfach ist das nicht. Warum nicht? Wenn wir bleiben, sterben wir. So viel ist sicher. Und wo sollen wir hin? Wir könnten uns auf eines der Schiffe schleichen. Sie bringen ständig Menschen hierher. Offenbar kommen sie aus einem Land, in dem es mehr von uns gibt. Und wenn sie uns erwischen? Wenn wir bleiben, sterben wir. Wo ist der Unterschied? Und wenn es am Ziel der Schiffe noch schlimmer ist? Wer... Was ist das? Der Auserwählte. Er muss es sein. Sieh ihn dir an. Er wird es mit ihnen aufnehmen. Herr, stimmt es? Seid ihr der Vampir, der dem Treiben dieser Dämonen ein Ende setzen will? Ich bin kein. Kennt ihr euch hier aus? Natürlich, Herr. Ich muss den Mechanismus finden, mit dem diese Kreaturen ihre Anwesenheit verbergen. Er kann ihn euch zeigen. Kommt. Dort ist es, Herr. Das Haus dort. Ich habe sie belauscht. Der Mechanismus ist da drin. Vielen Dank. Und jetzt sag mir, was ist das da? Das ist der einzige Weg hinein. Sie haben die Türen des Hauses zerstört. Wie so vieles hier. Und das da? Keine Ahnung. Aber der Sage nach, haben die Dämonen dort zum ersten Mal unsere Welt betreten. Der Sage nach? Wie lange lebt euer Volk schon in dieser Gegend? Wir waren immer hier. Der Sage nach haben uns die Götter hier zurückgelassen. Es gibt noch andere. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Die Dämonen bringen sie her, um zu arbeiten. Sie erzählen andere Geschichten. Sie wussten nichts von der Ankunft der Dämonen. Wir mussten ihnen sagen... Genug. Schweigt. Durch das Haus komme ich zum Dimensionstor. Aber zuerst muss ich den Mechanismus zerstören. Seit wann sind die Hülden in dieser Welt? Etwa seit wir völlig ahnungslos unsere unbedeutenden Kriege führten? Oh, scheiße. Weg, 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 weg. Nein, geh weg. Ja, ich geh ja schon. Weil gegen den Dämon kommen wir nicht an. Ich hab schon oft versucht, gegen den zu kämpfen, aber der ist so übermächtig. Der kann uns... Oh, die armen Menschen. Naja, also der kann uns eigentlich auch One-Hit-Killen. Und ich bin falsch gesprungen. Scheiße. Bitte folge mir nicht. Also hier kann ich jetzt keinen wieder unterstützen, wirklich. So von wegen, dass seine Absichten ja doch eigentlich voll cool sind, wirklich und richtig und alles. Aber ich hätte die Menschen auch nicht unterbrochen, also so von wegen genug schweigt. Ich fand das eigentlich ganz interessant, was die erzählt haben. Ich bin nicht da. Scheiße, Spiel, bitte nicht hängen. Ich hab nicht gespeichert. Scheiße. Nein, oh, bitte nicht. Oh, scheiße, daran hab ich ja gar nicht gedacht, dass es sich aufhängen könnte. Ich hab wirklich gar nicht gespeichert. Oh nein, bitte nicht. Sag mir jetzt nicht. Oh nein, komm, ey, komm. Komm schon, fang dich wieder. Nein, bitte. Scheiße. Scheiße. Oh Gott, Leute. Das darf nicht wahr sein. Bitte nicht. Oh Leute, betet, dass es sich... Oh nein. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte. Komm schon, fang dich wieder. Lauf weiter, bitte. 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 Scheiße. Das ist jetzt richtig schlecht. Ich habe... wirklich, seit ich die Aufnahmesession begonnen hab, nicht mehr gespeichert. Und das ist zwei ganze Parts her. Das heißt, das ist fast eine ganze Stunde, die ich jetzt nachspielen muss gleich. Warum war ich so dumm? Egal, was ich drücke wirklich hier, das hat sich total aufgehängt hier. Wenn ich beide drücke? Ne, Start und Select drücken. Das bringt alles nichts hier. Ich kann gar nichts mehr machen. Ja, Musik. Dumm, 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 dumm. Leute. Das ist jetzt ein sehr kurzer Part, natürlich. Mich regt's auch auf, aber es bringt ja anscheinend nichts. Ich muss den Part jetzt hier schon beenden und dann werde ich nochmal alles nachspielen, was ich dann so gemacht hab. Mal gucken, ob ich heute noch weiter aufnehme oder nicht. Ich meine, für euch macht das ja eh keinen großen Unterschied. Hab hier noch genügend zum Hochladen und alles und hast nicht gesehen. Aber, ach Gott. Warum muss das jetzt passieren an so einer Stelle? Das ist echt zum Kotzen. PlayStation. Ist es deswegen, weil ich eben eineinhalb Stunden Pause gemacht hab, weil ich nur mal telefonieren musste? Das ist doch... Ich kann jetzt gerade einen Toposatzfall kriegen, weil das so ärgerlich ist. Es ist so unnötig. Ach, das ist doch zum Kotzen, wirklich. Naja, okay. Kein, wir sehen uns gleich wieder. Und Leute, wir sehen uns auch dann später wieder. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen, diese paar sieben Minuten. Und hoffe, das ist jetzt nicht zu ärgerlich für euch, dass es mal ein kürzerer Part ist. Aber passt schon. Vielleicht werde ich ja dann auch heute, wenn dieser Part mal hochkommt, zwei Parts hochladen. Ich weiß es noch. Nicht mal gucken. Auf jeden Fall, ja, danke fürs Zusehen und liebe Grüße an euch. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem ein Däumchen nach oben und nicht nach unten. Auch wenn das jetzt hier scheiße gelaufen ist. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ciao.